Los geht's! So, da drüben steht er. Wollen wir mal. Man hat richtig schönen Platz hier vorne. Das ist natürlich herrlich, gerade wenn man eine Family hinten drin hat. Hallo! Stellt sich super der Volvo. Ich würde sagen, wir nehmen ihn. Und jetzt machen wir noch eine kleine Spritztour. Schauen wir mal, wie er sich auf einem anderen Meterer macht. Wir sind mit dem Volvo unterwegs auf Rüden im Winter. Schneeindruck. So, mit dem Volvo einkaufen klappt auch sehr gut. Alles was man braucht ist quasi hinten drin super verstaut. Alles was die Familie und vor allem der Papa braucht. Hast rein!